Willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Herzlich Willkommen, mein Lieber. Wir starten direkt heute mit Amman. Mit KOTS haben sich viele gewünscht. Jetzt wieder ein bisschen mehr Kampfsport-lastiger, abseits sich bewegen von den Freakshows. Das machen wir heute, oder? Auf jeden Fall. Freut ihr euch, wenn ihr Reaktionsvideos dreht? Ja. Natürlich. Was findet ihr toll daran? Erstens mal die Kämpfe zu sehen und wie die Leute sich schlagen. Ich meine, die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert. Es werden nicht nur die Kneipenschläger da sein, sondern auch vielleicht der ein oder andere bessere Kampfsportler. Ich persönlich finde immer die Atmosphäre extrem geil bei KOTS. Es hat einfach irgendwas, diese Industrial Atmosphäre, Betonboden. Der Käfig, wie er aufgebaut ist mit Bauzaunen, hat einfach was. Stopp. Ja, weiter geht's. Warte, ich habe noch eine Frage. Was gefällt dir allgemein an dem Format-Reaktionsvideo? Schon spannend, einfach nur zu bewerten und zu sitzen und zu kommentieren. Absolut, natürlich. Oder? Auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich immer schön, seine geistigen Ergüsse zu etwas abgeben zu können und das machen wir heute. Okay, das sind die Kampfbauern, Stefan. USP Hooligan, Slowakei, Germany. Warte mal, mal kurz Stopp machen, das interessiert mich. Warum interessiert dich das? Vielleicht kennt man ja den einen oder anderen. Poland, Slowakei. Oh, guck mal wer hier ist. Unser Bellator-Weteran, KSW-Weteran. Was machen die Leute auf euch für den Eindruck? Wir haben Bock auf jeden Fall, ne? Definitiv. Bis jetzt war nur einer so ein bisschen, sag ich mal, in der respektvolle Art, aber sonst ist es eigentlich ein guter Augenkontakt. Erster Kampf, ne? Sieht schon schwer aus, ne? Ich habe es nicht gesehen, jetzt am Anfang, wie viel Kilo? Ich glaube 84 Kilo oder so, ne? 90 Kilo? 80, glaube ich, ja. Bisschen ungestimmt nach vorne. Wie ist das Kampfgeschehen? Der Mann in der roten Hose bewegt sich besser wie der Pole. Jetzt fängt er an zu ringen. Er hat auf jeden Fall Erfahrung auf dem Boden, ne? Oh, was war das? Das Uppercut hat er dann getroffen. Schöne Defense und Mount. Ja, Ragnar hat auf jeden Fall nicht so viel Erfahrung am Boden. Wenn du da daneben schlägst, kann der auch nachher drauf gebrochen sein, ne? Absolut. Ja, Ragnar müsste jetzt anstatt so halten, eigentlich mehr Hände in die Hüfte und Platz schaffen. Na gut, jetzt dürfte es nochmal gleich vorbei sein, oder? Uff, das ist brutal. Ragnar hat jetzt nicht besonders gut den Kampf aufgebaut. War sehr ungestüm, wie er nach vorne gegangen ist, ist dann ein paar Mal getroffen worden. Ich denke, gerade unter dem Bärnakel-Aspekt sollte man es vermeiden, zu viele Schläge absorbieren zu müssen. Ja, sein Gegner hat es eigentlich, hat ihn gut neutralisiert. Das, was Ragnar ihm gegeben hat, hat er genutzt. Ja, aber das färbt dann wieder ab vom Hooliganismus, weil so gehst du ja in den Kampf. Du gehst nur nach vorne, ne? Du stürmst eigentlich, wenn die ganze Masse mitläuft, stürmst du dann nach vorne und das sind so Sachen, erst der Tritt, dann der Schlag. Aber eins gegen eins sieht es dann natürlich anders aus. Der hat es gut gemacht, der hat sich gut bewegt, hat es eigentlich gut verteidigt, seine Takedowns und dann zum Finish gekommen. Ihr jetzt als professionelle Kampfsportler, die sich ja auch mit gesitteten Regeln auseinandersetzen müssen, wenn ihr jetzt so seht, wie jemand so gegen den Kopf getreten wird von oben, so ein Storm von oben. Was macht das für einen Eindruck auf euch? Ich sag mal so, die Anfangszeiten vom MMA, wenn man, wie ich gesagt habe, Wanderlei Silber guckt, bei den ersten Kämpfer oder bei Pride noch genauso war das ja auch alles erlaubt. Das ist halt ein kompletter Kampf, ne? Das ist halt Teil der Sportkultur, würde ich sagen. Was spricht dagegen, vielleicht wieder ins MMA-Regelwerk heutzutage Kopfnüsse und Storms wieder einzubauen? Ich glaube, das ist nicht salonfähig dann auf jeden Fall. Zum Profisport passt so was nicht. Aber wenn ich überlege, wie ich früher bei James Lee gekämpft habe, auch im Titel, waren noch Knie zum Kopf auf dem Boden erlaubt. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, das kann man schon einbauen, aber jetzt so Soccer-Kicks und Kopfnüsse, das ist schon zu hart. Wir wollen das Ganze ja salonfähiger machen und ich denke, das wäre ein Rückschritt auf jeden Fall, diese Techniken wieder einzuführen. Und das verändert natürlich auch das ganze Bodengame, wenn du auf einmal wieder Soccer-Kicks machen kannst zum Kopf. 21st Punky. Sieht gut drahtisch aus, ne? Mhm. Oh, kommt der? Oh, hier. Oh. Ach, so eine Scheiße. Oh, der ist richtig out. Gehen wir nochmal zurück kurz, oder? Ja. Da siehst du. Rechter Haken, gell? Ja. Schöner offener Schlagabtausch, ne? Hat ihn schon mal vorher getroffen? Ja. Linke Haken. Linke Haken. Direkt zum Kinn. Ja. Das ist natürlich dieses Risiko, was man hat, wenn man in Anführungsstrichen Kneipenschlägerei macht, wo geschwungen wird. Ein Ding ans Kinn, das kann es natürlich direkt vorbei sein, aber haben wir ja beide gemacht, von daher war es 50-50. Er hat sein Kinn halt krass exponiert, also wenn er kompakt bleibt und mehr aus den Beinen box, glaube ich. Er hat sein Kopf krass exponiert. Wenn du wild schwingst und deine Ellbogen öffnest, ist das natürlich 50-50, was passiert, wenn du in der falschen Distanz auch noch stehst. Bei sowas einen Schritt zurück machst und haust dann eine Gerade rein, hast du auf jeden Fall weniger Risiko, ne? Sich ein bisschen auf den Beinen zu halten, ein bisschen vielleicht zu tänzeln, aber die stehen ja beide platt auf den Füßen und lassen oben die Schwinger laufen, von daher. Wenn man sich jetzt in einer Situation befindet, wo man in einer Rauferei ist und man sieht, dass der Gegenüber halt jemand ist, der schwingt und nach vorne kommt. Wie geht man dann am besten damit um? Auch vor allem psychisch mit dem Druck und auch technisch in der Praxis? Ja, auf jeden Fall erstmal die Beinarbeit, das ist das Wichtigste. Nicht, dass du dann vor ihm stehen bleibst, sich bewegen, dann ist natürlich immer ein anderer Winkel da. Er haut vorbei oder wie auch immer zum Kontern dann. Natürlich dann auch nicht den Überblick verlieren, ne? Das ist das Allerwichtigste bei der Sache. Den Rest wird durch Stefan sein. Kurze Frage noch, wenn du bei uns überblickst, das heißt, ihn nicht aus den Augen verlieren, konzentriert bleiben, auch wenn man vielleicht einsteckt, nicht direkt demotiviert sein. So ist es, genau. Das ist, wie du es schon gesagt hast, auch beim Schwinger kann immer mal eine durchkommen, aber dann trotzdem in dem Moment nicht den Überblick verlieren, sondern straight bleiben, Bein nach hinten raus, sich bewegen, rausbewegen, Pivot machen, dass du wieder die Mitte kontrollierst, so Sachen halt, ne? Ich denke, Körperspannung spielt eine ganz große Rolle. Was man in vielen K.O.T.S. Kämpfen sieht, dass die Leute unheimlich angespannt sind, die explodieren eine Minute und dann sind sie natürlich extrem müde, weil es natürlich sehr viel Energie kostet. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wenn du getroffen wirst und dein Körper unter einer großen Spannung, dass der Treffer ganz anders wirkt, als wenn du entspannter und relaxter bist. Das ist auf jeden Fall schon technischer, ne? Siehst du ja direkt. Boah, schöner Ellbogen, ne? Der lässt schön die Vierhand laufen. Das ist schon auf jeden Fall technisch auf einem anderen Level, ne? Willen euch Zurufe helfen? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß nicht. Fuck him up ist jetzt nicht die technischste Instruktion. Ja, das wollte ich nicht damit sagen. Wenn wir jetzt einen technischen Aspekt, eine Anleitung gibt, natürlich hilft es demjenigen, wenn er hört. Oh, gut. Es ist nicht so verkehrt mit den Knien da zu arbeiten, ne? Aber die halten schon ganz anders die Distanz, ne? Das ist nicht dieses Stumpf nach vorne laufen. Das sind auf jeden Fall Kampfsportler, ne? Das sieht man sofort. Die Führhand läuft da. Die bewegen jetzt nicht so viel, aber du siehst, die wissen schon, was sie machen auf jeden Fall. Schöne Kombination. Da gibt's nicht mal kurz aufhören, ne? Ne. Ja, schönes Knie. Hat er schön gemacht. Was hat man jetzt für Merkmale hier im Kampfgeschehen gesehen, die die beiden Kämpfe vorher nicht hatten? Auf jeden Fall technischer. Die beiden haben auf jeden Fall Kampfsporterfahrung. Ich denke mal im Thai-Boxen, weil, hast du ja gesehen, der Thai-Clinch ist dann gekommen und hat dann einen Take-Down gemacht. Andere Distanz. Kein stupides nach vorne laufen. Hat versucht, den Weg abzuschneiden, links und rechts. Hat seine Boxdistanz gehalten. Da sieht man schon, dass er auf jeden Fall Erfahrung hat. Schön die Führhand laufen lassen. Kombination mit Kicks. Aktuell gibt es 20 Prozent auf alle Artikel bei ESN. Wer Supplements sucht, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördern, schaut bei ESN unter den einzelnen Kategorien vorbei. Und mit dem Code Eckerlin könnt ihr satte 20 Prozent sparen. Genauso. Das war auch tief, ne? Hat sich tief angehört, ja. Du siehst, der ist kompakt, ne? Der schwingt auch. Ja. Schön, gut übernommen. Der sieht man auf jeden Fall, dass er Jujutsu-Erfahrung hat. So wie er übersteigt, wie er den Rücken nimmt. Jetzt sprawlt er erstmal, geil. Hat er einen Hack noch nicht drin? Ich glaube, jetzt. Aber da musst du auch aufpassen, wenn die aufstehen und ich werfe mich nach vorne ab. Oh, ja, ja, ja. Real Neckichoke, oder was? Mal der anderen Art. Krass. Das war eigentlich ein Neckcrank, was der gerade gemacht hat. Irgendwie ganz komisch. Man hat gesehen auf jeden Fall, der junge Mann hat Erfahrung im Ringen gehabt. War zu kurz jetzt um den Gegner jetzt. Seine Stärken oder Schwächen. Auf jeden Fall, seine Schwächen sind am Boden. Das hat man gesehen, aber hat ja keine Chance gehabt. Auch wie er ihn übernommen hat, ringerisch. Den Take Down kreiert hat. Dann, wie er direkt aufgestiegen ist. Half Guard. Crossface. Mit dem Crossface hat er gearbeitet. Dann seine Hooks rein. Okay, der Real Neckichoke war eine neue Variation. Sehr rau. Es war wie ein Neckcrank, aber hat funktioniert. Funktioniert. Muss am Ende funktionieren. Muss ich sagen, aus eurer Erfahrung, wenn ich euch jetzt Sparring machen sehen habe, gegen jemanden, der jetzt vielleicht ein Neueinsteiger im MMA ist, aber aus dem Striking kommt. Zum Beispiel Kickboxen oder Muay Thai. Dann hat er schon schlechte Karten, wenn man dann halt jemanden zu Boden bringt. Der wird so lange geworfen, bis er richtig müde ist. Und dann geht's dem Stand Up weiter. Ja, aber das Ding ist ja, wenn das einer noch nie so richtig, sag ich mal, trainiert hat oder überhaupt keine Erfahrung hat, das ist ja Neuland für den. Das ist ja… Ja, das ist schwierig. Ich weiß ja gar nicht, damit umzugehen. Freut es euch zu sehen, dass Jiu-Jitsu auch immer populärer wird? Definitiv. Ist geil. Ist ein geiler Sport. Kann man lange ausführen. Ist sehr technisch, sehr facettenreich. Und denkt ihr, dass viele Leute auch unterschätzen, wie vielseitig Jiu-Jitsu eigentlich… 100 Prozent. Ich glaube, dass es so vielseitig ist. Du hast ja nie irgendwie einen Punkt, wo du sagst, ey, ich weiß jetzt alles. Ja. Es ist ja immer irgendwie, kommt ja was Neues, neue Transition oder was weiß ich auch immer. So, nächster Kampf. Boah, schöne Ellbogen, ne? Hast du gesehen? Ja, aber der weiß, dass er vom Stand Up Thai Box wahrscheinlich kommt. Ja, siehst du sein Rückentattoos? Uff. Ja. Aber er ist giftig auf jeden Fall, ne? Guck mal, schöne Ellbogen. Uff. Aber Kinn oben, ne? Ja. Das ist das, was ich meine mit Übersicht, ne? Er verliert die Übersicht. Oh. Aber er hat Herz, ne? Ja. Der ist auf jeden Fall zäh. Boah, am Boden geschlagen hast du das gesehen schon. Boah. Gut, da oben siehst du auch sofort auf jeden Fall Kenntnisse des Jiu-Jitsu. Der wollte auch von Anfang an direkt auf den Boden, der wusste… Aber er macht's gut von unten, er versucht ihn wegzupushen. Aber du siehst, ne? Sein Kinn ist offen, wenn da ein… Ja. Die Ellbogen sind nicht so schlecht. Ja. Guck mal. Siehst du das, Geran? Der sind nur Hellbogen. Oh. Oh, mit dem Kopf aufgeschlagen, glaube ich. Boah. Aber er macht weiter, ne? Geiler Kampf. Wie ist das Kampf geschehen? Hektisch, aber geil. Total wie… Er gibt nicht auf, ne? Ne. Er gibt einfach die Position ab, ne? Er hat seinen Rücken eigentlich gehabt. Schönes Knie. Siehst du so die kleine Thai… Ja. Thai-Boxer. Aber schöne Knie. Er verletzt sich zu viel auf diesen Thai-Clinch, ja. Schöner Hammerfest, ne? Jetzt dürfte es gleich vorbei sein, ja. Aber guter Kampf. Wenn man jetzt den Langen gesehen hätte, ganz normal in Straßenklamotten und man hätte sich mit dem auf eine Rauferei eingelassen, glaube ich wäre schon überrascht gewesen. Wie ist es aus eurer Erfahrung? Wie groß ist der Zusammenhang zwischen der Optik und den tatsächlichen Kampffähigkeiten? Gar nichts. Es gibt keine optischen Anzeichen oder eine optische Versicherung, dass der andere keine Kampfsportfähigkeiten hat. Ich meine, es gibt Leute, die sehen aus wie ein Nerd, Programmierer, ITler. Und am Ende sind die richtig krasse Bodenkämpfer. Die schlimmsten an der Tür, wo man wirklich gedacht hat, ey, wo kommt das her bei dem? Sind die dünnen Draht-Tipps. Die aufgepumpten, die sind gerannt, die haben Blasen an den Füßen vom Rücken. Aber die anderen, die waren einfach dieses Zeh, weißt du? Das habe ich bei ihm auch gesehen. Der hat nicht aufgegeben. Das ist sein Stand. Aber da ist der andere auch gezwungen, technisch zu kämpfen, weil er weiß, er hat keine Chance. Kann man anhand der Bewegung schon am Anfang prognostizieren, wer hat mehr Kampfsport-Erfahrung, wer nicht? Geht das schon? Kann man das machen? Absolut. Man sieht am Bewegungsmuster, ist jemand entspannt, hat eine gewisse Routine. Man fühlt es ja auch, ob das eine stimmige Bewegung ist. Ui. Hat gute Take-Down-Defense. Sehr gute Take-Down-Defense. Und kann halt einstecken auch, ne? Nimmt auch immer die Ringmitte. Schöner Front-Kick. Ja, bei dem anderen ist jetzt schon... Ja, das ist die Anspannung, ne? Die Anspannung nimmt ihm halt schönes Knie. Schön. Setzt direkt mit dem Knie nach. Boah, aber guter Take-Down. Siehst du auch am Boden, ist auch eigentlich technisch gut versiert, ne? Schöne Position. Macht er gut. Wie ist das Kampf geschehen? Du siehst es sofort, ne? Er weiß genau, was er tut. Er ist Profisportler. Macht Step-by-Step die richtigen Schritte auf jeden Fall. Ich denke, es dürfte auch gleich vorbei sein. Ja, es ist sofort direkt vorbei. Sagst du jetzt rückblickend als jemand, der begnadeter Kampfsportanalyst ist, wie schätzt du das Geschehen ein? Was erkennst du für Muster? Was kann man jetzt aus diesen fünf Kämpfen lernen für all die am anderen Ende des Geräts, die lerndurstig sind? Aber du hast gesagt, die Kamera läuft nur noch fünf Minuten, ne? Stefan halte dich kurz. Okay. Das ist gut. Aber du musst doch noch zur Bundeswehr. Ja, ich muss zur Bundeswehr, mein Bett mal. Man sieht ja direkt, wer kommt mit einem Gameplan rein. Und wir haben heute gesehen, wer relaxed ist und ein gewisses Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten mitbringt. Der wird am Ende einfach besser abschneiden und besser sein Game etablieren können als sein Gegner. Ja, Leute, das war unsere Reaktion. Wie immer geil. Kurz, macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe dir auch, Stefan. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Danke, dass ich dabei sein durfte. Na klar, gerne. Amman, vielen Dank für deine, wie sagt man? Professionelle Moderation. Guck mal, das ist mäßig. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.